Mein Arbeitgeber ist die Liebherr Transportation Systems in Korneubor. Liebherr hat in Österreich sechs Standorte und weltweit sind es ungefähr 140. Wir stellen Klimaanlagen und Vitraulikkomponenten für den Schienenbereich her und das Produkt Zelsineo für die Straße. Zusammen mit dem Team funktioniert wunderbar. Wir versuchen regelmäßig uns auszutauschen, regelmäßig zusammenzukommen, uns abzustimmen. Da ist die Kommunikation sehr wichtig. Liebherr steht zum einen in der Produktsparte, denke ich mal, für Qualität, für State-of-the-Art-Entwicklung zusammen mit dem Kunden, um Kundenwünsche zu erfüllen, aber für die Mitarbeiter glaube ich auch für Stabilität, das heißt für einen angemessen fairen Umgang mit den Mitarbeitern und einen sicheren Arbeitsplatz. Untertitelung des ZDF für funk, 2017